Servus Leute, heute habe ich einen Raid für euch oder sagen wir mal 1,5 Raids. Ich war auf Customs unterwegs und war wieder am Snipen und das hat auch ganz gut geklappt. Da war was los und im Moment bin ich wieder auf EU-Servern und ich kann euch sagen, im Vergleich zu NA oder auch russischen Servern ist auf Customs irgendwie, zumindest nicht in den Dorms, viel mehr los. Also man kriegt viel mehr Leute, auf die man snipen kann und das macht echt Spaß und das habe ich in diesen 1,5 Raids gemacht. Habe euch das ein bisschen zusammengeschnitten, weil da waren echt ein paar gute Shots dabei, die ich da im zweiten Raid auch noch mit drin haben wollte. Aber ich will nicht zu viel für wegnehmen. Schaut es euch einfach an. Ich bin übrigens dann also täglich live auf Twitch, Twitch.tv slash Outsider. Würde mich freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut, vielleicht ein Follow da lasst. Link unten in der Description oder im ersten Comment. Hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen. Daumen nach oben, Kommentar. Jetzt viel Spaß mit dem Raid. Ah, bleib jetzt da oben dann. Ich hasse es so. Dann halt nicht. Ich habe dieses Gehakel mit dem Movement, das ist auch was, was mich so nervt. Auch wenn man immer auf irgendwelchen Felsen unterwegs ist. Das könnten sie mal ein bisschen smoother machen. Na ja, wenn es taugt, why not? Für mich ist es immer wichtig, eine Aufgabe zu haben. Gut, jetzt gerade habe ich auch keine Aufgabe. Also so ein bisschen Dailies machen oder so. Hält mich schon bei der Stange. Also so ein bisschen Dailies machen oder so ein bisschen Dailies machen. Alter, liegt der echt da oben drauf, ey. Gut, dass der bloß eine Scheißwaffe hat. Gut, dass der bloß eine Scheißwaffe hat. Die Posi da oben ist so dumm. Ich rechne schon immer gar nicht damit, dass da einer oben liegt. Aber man sollte damit rechnen. Ich habe jetzt gar nicht gerafft, wo er genau ist. Ah, jetzt ist meine Rüstung schon wieder auf 30 von 60. Na gut. Der ist halt tot, ne? Nachts ist die Position stark. Ah, das ist halt so, keine Ahnung, die ist so bekannt, die Posi. Ohne, die Marke, auf keinen Fall gehe ich da hoch. Ich lasse jetzt da liegen, vielleicht hüpft ein anderer hoch. Moment, wir schauen einmal vom Bus aus. Schießt du jetzt auf mich oder was? Nee. Puff! Der war doch schön, der Schuss, oder? Ah, kommt schon. Okay, im Rahmen, ne? Brauchbar. Willst du gar nicht looten? Nee, nee. Die bleiben, wo sie sind. Außer eben einen erschießen und direkt looten gehen, schlechteste Idee ever. Wenn, dann lasse ich die jetzt seit 20 Minuten liegen und dann gehe ich hin. Aber den jetzt erschießen und dann um den Looter kämpfen, auf keinen Fall. Das Risiko, die da zu looten, ist viel zu hoch. Dass du dabei erschossen wirst. Ich habe da null Kontrolle über die Situation. Der hat gesessen, ja, ne? Ist aus Nordlord. Hauptsache, ich habe ihn. Das ist das Wichtigste. Schade, dass man ihn von hier aus nicht sieht, ne? Ah, ist ein bisschen dunstig hier gerade. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Der Sniper-Skev, äh, der Sniper-Skev, der da schreit. Der Sniper-Skev소� Justin. Der Sniper-Skev-T更ern. Der Sniper-Skev-T更ern. Der Sniper-Skev で Ten. Achso, das ging. Da sagst du was. Seit gestern bin ich stolzer Besitzer einer Wärmflasche. Ein weiterer Schritt ins Erwachsenenleben. Oh, die Wärmflasche hat es gebracht. War ein guter Kauf. Wenn ich Stimmungsschwankungen habe, fülle ich da Alkohol rein. Das hilft, glaube ich, mir. Ja, die weiß ich jetzt schon zu schätzen. Ich werde, glaube ich, heute Abend noch mal eine Wärmflaschen-Session machen. Schön auf die Couch. Wärmflasche. Gib ihm. Ey, ey, ey. Leise. Der hat aber mich anvisiert, ne? Leise. Komm zurück, Mann. Sei doch nicht so. Er weiß nicht, dass er tot ist. Da ist er. Oh, er weiß nicht. Höch. Mann. 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 Wann. Mann. 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 Ah, das war nicht so gut. Voravio, dem geht's nahezu blenden. Servus. Mein Merch nicht verliegt? Ja, weil ich den mal runtergenommen hatte in den Merchstore. Muss ich mal wieder machen. Ich muss mich mal ein bisschen um den Merchstore kümmern. Dass wir hier auch, ne? Solche Shirts da drin haben. Die Whisky hilft gegen alles? Ja, definitiv. Meine Mords könnten auch mal was tun. Das wäre etwas viel verlangt. Ja, das liegt nicht an mir. Drei Finger, Joe. Das ist, wenn die allgemein keine Panoramatassen auf Lager haben. Da ist doch ein bisschen was los hier, ne? Ja. Ja. Schon okay. Okay. Da ist er. Ja. 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 Wo ist er hin? Wo ist er hin? Der ist hier rüber gelaufen. Das ist er. Oh. Come on. Gleich ist das wie gestern. Ja, ich bin immer noch auf EU-Servern. Ist was los. Ist nicht verkehrt. Ah, Doms ist schon weg. Strom ist an. Ja, wir gehen mal rüber ins Fort Knox, würde ich sagen. Ist gerade was gerammt. Hä? 100 pro habe ich hier gerade was rennen hören. Nehmen wir den so lang. Okay, rüber. Fort Knox. Etwas auf der. Man weiß es nicht. Okay. Ich habe nicht wirklich gesagt, warum der da jetzt nicht gekommen ist. Es war ja auch nicht mal klar, dass er überhaupt kommt und was auch immer. Ich meine, jeder hat damit gerechnet, dass der irgendwie aufschlägt, aber ja, so förmlich heute, ja klar. Öfter mal was Neues. Und dann kommt hier irgendwo einer angetrapselt. Hey, danke schon. ... Soll ich es riskieren? Komm, einmal. Schleiß drauf. War am Anfang der Runde, aber was soll's. Alle tot. Wusste ich noch, da steht einer. Mit dem Winkel hat er nicht gerechnet. Damit hat er nicht gerechnet. Oh, kann schon sein, Piet, aber man weiß es nicht. Doch, am Ende der Runde wissen wir es, wo ich jemanden hab. Der fragt sich gerade, von wo ich geschossen hab. Bin mir sicher. Vargas hat er noch ein Teammate gehabt. Teammate wird da jetzt nicht mehr sein. Der wird sich ans Bein machen. Wie sie da immer noch am Schießen sind, okay. Gehen wir rüber, Skeleton, würde ich sagen. Ja, ja. Glauben wir auch, ja. Es ist halt so, wenn die Leute nicht mitbekommen, dass du sie gesehen hast, ne? Dann hast du einen extremen Vorteil. Dann suchst du dir den Winkel, wo sie nicht hinschauen. Und knallst es einfach ab. Fertig. Abend, Leo. Oder halt. Egal. Bin mir nicht sicher, ob es doppelt war oder nicht. Bin mir nicht sicher, ob es doppelt war. Weiß ich nicht, ob ich jetzt da in die Doms will. Eigentlich will ich ein paar Leute snipen. Oh. Okay. Okay. Schwierig, 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 den jetzt zu finden. Besonders, das ist ein... Alles dunkel da hinten, ne? Hier unten auf der Straße war auch irgendwo einer. Und einer ist auf jeden Fall im Forten Hocks mindestens einer. Oh, oh, oh. Ey. Er hat mich geschossen. Ich hab keinen Schimmer. Fällt mir auf jeden Fall nicht. Kann sein, dass er mich schon beobachtet von irgendwo. Da ist er. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich weiß nicht, ob ihr den Schatten gesehen habt, aber ich habe ihn gesehen Ich bin mir fast sicher, dass ich ihn habe Im Chat keine Reaktion Standard-Kill Zehn Psalms, wenn es ein Kill war, jetzt muss ich nachschauen Ich bin mir ziemlich sicher, es war einer Ich bin mir ziemlich sicher, es war einer Ist halt mein Chat delayed oder Was denn? Weiß nicht Hier kommen die Nachrichten alle so spät Okay, wir gehen dahin Aktiv gelurkt, ist auch okay Jo, war ein Kill, ich habe ihn Ich habe ihn Der ist nicht glücklich Der ist hundertprozentig nicht glücklich Sebi Ein Mann, ein Wort Dankeschön für C-Gegifte des Subs und die ersten gegifteten überhaupt Direkte 10er-Bombe, weiß ich zu schätzen Leute, kann ich mal ein bisschen Ding, Ding, Ding und Hype sehen Genau Sebi, Dankeschön für die fette 10er-Bombe Danke dafür Ich kann es noch Und die Alerts sind gar nicht delayed Der Kill war echt nice Damit hat er nicht gerechnet Dass ich da hinschaue ein Smith,�ряд Aber es hört sich an human So können wir hier Und gleich Den Duroch so können wir Qu hike uns 특ung See you again, see you again